Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde MW3 und quasi zu auch einem neuen Projekt. War das deutsch? Ja, war deutsch genug. Und zwar spielen wir jetzt Überlebender und in diesem Fall nehme ich mit auf. Das heißt, wenn ihr die andere Sicht sehen wollt, mein Kanal ist für alle da. Ja, steht auch irgendwo im Bild eine Anmerkung. Und oder in der Beschreibung. Da steht es sowieso drin. Richtig. Wer es nicht kennt, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben... Ach, das sehen wir ja gleich eigentlich, ne? Ja, richtig. Ich meine, ich finde aber auch, der Name Überlebender spricht für sich. Ähnelt halt dem Zombie-Modus aus Black Ops. Nur anstatt Zombies halt ganz normale, nur noch 15 bis starke Gegner. Ja, hässlich, ne? Nee, langsam. Ja. Wir haben halt Gegnerwellen, die anrücken. Je weiter man kommt, desto schwerer wird's. Die werden dicker gepanzert. Juggernauts kommen noch, Helikopter kommen noch. Oh ja. Ja, und man muss halt so lange wie möglich überleben. Wir spielen jede Map einmal. Das sind, ich weiß nicht gerade, 20 Maps? Ne, mehr, weniger. Es sind einige. Sagen wir einige. Wir wollen jetzt nichts Falsches sagen. Richtig. Es kann auch mal sein, dass so eine Map eine halbe Stunde dauert. Oder auch länger oder kürzer. Es kommt ja ganz davon ab, wie gut wir sind. Ja. Die ersten Maps werden vermutlich länger sein als die letzten, weil das nach Schwierigkeit geordnet ist. Richtig. So. Oder es wird schneller vorbei sein, weil wir schneller tot sind. Richtig. Gegner werden angezeigt. Wir haben im Moment nur eine Pistole. Irgendwas stimmt hier nicht. Und wir müssen auch aufpassen mit Munition, die ist nämlich auch wahr. Ja, richtig. Deswegen erstmal mit Pistole ein bisschen schießen und am besten den Gegnern die Waffen abnehmen. Versuchen, es heller zu landen, anstatt so wie ich gerade sinnlos rumzubolzen. Ach, leck mich da am Arsch. Kommst du klar? Ja, bis jetzt schon. Ich war nur gerade leicht irritiert, weil mein Raum auf einmal auf 90% voll war. Oha. Das hat mich leicht irritiert. Aber ist jetzt wieder noch immer auf 90%. Alles klar. So, erste Runde geschafft. Wie wir jetzt sehen, haben wir eine Kiste freigeschaltet da hinten. Die ist nur für Munition, richtig? Und Waffen. Äh, das hier ist Munition und Waffen, ja. Ich glaube schon. Ich gucke mal gerade rein. Einfach mal zum Gucken. Ich gucke auch mal gerade, dann sieht man das. Aber Patronen aufstocken, Waffen, jo. Ich möchte... Aber es ist sowieso von Waffen, Waffen kaufen, relativ weit abzuraten. Ja. Weil es sich nicht... Ich mach mal F5. Gegner Waffen klauen ist okay. Ja, mach ich auch. Ja. Am Anfang geht es halt. Man braucht erstmal Schrotflinte, Maschinengewehr. Später wird es dann... Kann man gucken, ob man sich ein ordentliches Maschinengewehr oder so holt. Verdulden wir uns nachher eigentlich wieder hinten in dem Haus? Können wir machen. Ah. Aua, wie schieße ich denn gerade? Wieder Bonn ist mal. Wie man sieht, am Anfang kann man noch ziemlich nah ran, ohne dass einem irgendwas passiert. Ja. Man hat auch noch Fettrüstung und so jetzt. Kann man aber auch neu kaufen, ne? Ja, richtig. Aber erst, wenn wir nachher das Granatendüngen haben. Naja. Langeschön gespielt, den Modus. Toll, jetzt kommen wir von hierher. Generell, Langeschön hat man gespielt, hat sich für meinen Teil. Ja, Batman und Assassin's Creed haben so ein wenig meinen Zeitplan eingenommen. Ja, richtig. Sauerei, sowas. Bei mir war es zwar nicht Assassin's Creed, aber... Double Kill. So, Granatensum. So, richtig. Und hier gibt es dann jetzt auch die Weste und noch ein paar andere Sachen. Mhm. Mhm. Dadada. Ich guck mal bei dir rein. Granaten gibt's hier, Claymore gibt's hier. Geschütz haben wir hier auch noch, genau. Das können wir auch ganz gut gebaut. Ich hab's im Hals. Ohlaloi. Ja, nicht so wild. Trinkenschluck. Tut ganz gut. Ja, mach ich auch. Nein, ich hab mich einmal geäußert, das muss reichen. Schutzweste könnte ich mir kaufen, werde ich aber nicht geschützt. Splittergranaten brauchen wir alles erstmal nicht. F5, so. Hast du ne? Ich bin mir da nicht rumgelaufen. Ich lauf jetzt erstmal wieder nach oben. Bis nachher hinten die Kiste mit den Luftsachen dabei ist, mit der Luftunterstützung, dann häng ich eh wieder nur da rum. Ja, Hunde, komm. Ja, das find ich sehr, ganz nice. Na, ich nicht so. Doch, das hast du auch nice zu finden. Nope. Nein. So, die sind weg. Ja, ähm, ach, leck mich doch. Ich komm gerade nicht zurecht. Au. Ich muss mal grad nachladen. Au, gibt's nicht nachzuladen, grad hat noch so viel Schuss, Wahnsinn. Ich hasse Hunde. Ja, ich bin grad einfach nur fail. Das ist jetzt der Einlauf, Lauf sozusagen, für mich. Ja, ich bin grad nur am verkacken rein, was das ganze Aiming angeht. Oh, man kann hier wieder messern, sehr schön. Das ist COD, da kann man immer messern. Schau uns die Welt wieder an, ich hab's nur leicht verdrängt. Das ist aber dumm. Ja, leicht nachteilhaft, ich weiß. Ja, nachfah. Oh, einer lebt noch. Scheiße, einer. Ah, Granate. Luftunterstützung, Kammer bereit. Luftunterstützung. Prischdisch, da bin ich auch gerade. Jetzt muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Dann lass mal jeder eine Drohne holen. Oder holst du Delta-Team oder Drohne? Ich hab grad Delta-Team geholt. Dann hol ich eine Predator. Am Anfang brauchen wir die jetzt ja eh noch nicht so. Ja, wenn die Helis kommen, weißt du? Jo. F5. Jo. F5 ist halt dazu da, dass die Runde direkt anfängt. Ja, steht auch am Rand, deshalb kann man das auch so rausfinden. Prischdisch. Ich erwähne es lieber nochmal, man weiß ja nie. Jo, das stimmt wohl. Ich zeige immer mit dem Finger drauf, was mir dann spontan einfällt. Oh, sie haben Maschinengewehre. Awesome. Find ich gut. Awesome. So muss das sein. Prischdisch. Na, kommt mal bei mich bei. Bei dich bei? Oh, ja. Ich mag die Schrotflinte. Die Bärse oder so. Ja, wenn ich eine Schutzweste brauche. Meine Schutzweste ist hinüber, haben wir sowas von. Ja, meine auch, deswegen hol ich mir jetzt grad eine neue. Ich könnte einfach mal das Delta-Team rufen. Ich hoffe auch mal, meine Schutzweste ist eine gute Idee. Na, hab jetzt eine. Es ist schön, dass das hier alles so nah beieinander ist. Ja. Duidutidu. Duidutidu. Ja, fahr mal so, Schutzweste haben wir da. Fünf gedrückt. Äh, ja. Bleib mal hier im Haus. Also in der Nähe zumindest. Oh. Ich hab's Delta-Team grad gerufen. Achso, ich dachte schon, das ist dein Gegner. Schon gewundert, hier kommt der Nied und der ist grün. Die verschanzen sich besser? Was hab ich verpasst? Ja, Triple K. Oh, doch nicht. Das üben wir noch mal. So, statt die Waffe wechseln, 25. Hey, lass mich an, auch gleich hier. Oh, wenig Munition. Wenig Munition ist nicht gut, ne? Wenig Munition hat Nachteile unter Umständen. Ja, ich merk das schon. So, Munition ist eingesammelt. Und hier sind irgendwo Gegner. Da war einer. Da war noch einer. Wie sieht's bei dir aus? Mein Delta-Team räumt hier grad alles auf. Und ich wundere mich, warum kein Schwein zu mir durchkommt. Ja, die können auch sterben, ne? Das muss auch gesagt werden. Ja, das ist klar. Äh. Die sind nicht unverwundbar. Gut, ich hab alles. Wäre zwar saugeil, aber... Drück mal R5. Ja, ich hol mir grad mal einen Predator. Ja, ja, kein Stress. Einfach um was dabei zu haben. Richtig. Dumm. Richtig. Zuck. Oh. Die schießen wir am besten vom Himmel. Da hast wohl recht. Ich komm mal zu dir. Oh, 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 oh. Dein Delta-Team kassiert gerade. Ja, richtig. Das hab ich auch gehabt. Einer qualmt. Ist qualmt von zerstört? Ne, voll. Einer ist zerstört. Ja. Ja, ich hab auch schon ein Magazin auf den eingebolzt. Fuck. Ich bin vor allem rot. Also... Ja, vor allem, ich treff den anderen nicht. Kommst du irgendwie dran? Nö, kein Stück. Ja, die Schotfitte trifft nicht. Ja, richtig. Ich mein, andere Magazin ist allerdings leer. Same hier. Guck halt, ob er da unten rumliegen. Aber nein, natürlich nicht. Ah, ich hab Munition gefunden. Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo über mir. So, schöne Sache. Aber ganz knapp. So, jetzt muss ich Munition kaufen. Ein Maschinengewehr ist nämlich Schlör. Ist MP ein Maschinengewehr? Ja, ne? Äh, MP ist Maschinenpistole. Deshalb das P da. Ach ja, richtig. Ich denke, das ist trotzdem Maschinengewehr. Okay. Es ist halt cooler. Ah. Schutzweste kaufen. So, I'm ready. Hab auch schon gedrückt. Ich hab Munka mich jetzt wieder hier drin. Jo, ich auch. Ist auch ziemlich gut, finde ich. Ah. Oh, diese Hundesöhne. Ich fühle mich direkt aufregen. Ja, richtig. Deine mit C4 an der Brust sind einfach scheiße. Ja, sagst du was. Oh, dann wird das explodieren. Und direkt ein paar andere mit dem Pot reißen. Genau, so gehört sich das. Wie sie einfach alle in eine andere Richtung laufen, ne? Wie ich einfach mal gar keine Munition mehr hab. Das Ding ist, die stehen alle bei dir. Das ist voll unter. Ja, richtig. Und ich hab keine Munition mehr. Gar nix. Nee, komplett leer. Ja, warum? Aua, der war aber... Skilljump. Sind die alle wieder? Ja. Ja. Äh, nee. Seh ich nicht an. Ah, haha. Jetzt, wo ich wieder Munition hab, geht's. Du könnt mir theoretisch schon wieder eine Schutzweste kaufen. Will ich aber nicht. Nö. Seh ich irgendwie nicht ein. Solange man Munition hat, geht's ja auch noch. Ne, nicht bei meinem Kamikaze-Spielstil. Same here. Ähm. Ja, geht ja noch. Ja, ja. Gleich müssen wir... Wow. Irgendwann gleich müsste auch noch ein Juggernaut kommen, ne? Irgendwann, ja. Ich kann überhaupt nichts treffen. Für den Juggernaut freue ich mich auch schon. Na, komm, drauf hoch. Kopf hoch. Wie er mich mobben will. Will er das? Ja. Schweinebacke. Richtiger Penner ist das. Ist hier noch irgendwo einer? Ja, irgendwo... Nö. Okay. Ja, hier ist er noch. Mach's durch. Ja, ich komm gerade. Also zu dir. Hab ich mir gedacht. Da, da, da. Ah, scheiße. Das ist C4-14 nicht mehr getroffen. Ah, pass auf. Du bist wohl fast in den Schuss geworfen. Ah, betroffen. Ja, auch getroffen. Wenig Munition sammeln. Sie sind alle tot. Das ist sehr schön. Manche haben gerade eine Waffe gesehen. Ich hole mir gerade noch eine Weste. Wie gesagt, Kamikaze, Spielstil. So. Laufen, 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 laufen. Springen, laufen, fallen, laufen, springen. Viel zu wenig Munition haben. Sehr gut. Guck mal, ich verrolle. Das ist sehr schön. Wundervoll sieht das auch. Wundervoll. Wenn du jetzt noch Gas gibst, ne? Kampfhunde. Da freuen wir uns. Kräft schon, ja. Dann sind die alle weit hier kommen. Jetzt sind's. Ich finde es ein bisschen awesome. Kmöter ist tot. Ah, Doppelkwöter. Halbmensch, halbkwöter. Wer hat dem Spiel gestattet zu lecken? Du, wer sonst? Unhöftiges Spiel. Dein Rücken ist nicht gedeckt. Ich deck deinen Rücken. Muss er ja auch nicht. Da fliegt ja auch alles in die Luft. Wow, Köter. Dummer Hund. Wortwörtlich. Rischisch. Schaffst du? Ja, klar. Ich bin nur gerade am Nachladen. Sauber. Gewesen. Me is ready. Jetzt wurde es auch's. Fingerts vergessen zu drücken. 8880 Dollar. Sehr schön. Hä? Juggernaut? Ach, Juggernaut. Sollen wir in die Luft jagen, oder? Ich hab Predator. Ja, ich auch. Deshalb frage ich ja. Ja, ich jag. Okay, okay. Nur warten, bis er ganz deutlich aus dem Heli rauskommt. Also ich hab uns das erste Mal gespielt und schon eine Heli weggebombt und somit die Predator einfach mal Eisberg verschossen. Nee, Junge. Ich glaube, das war der Juggernaut. Geh ich von aus, ja. Wenn nicht, hätte man was falsch gemacht. Ja, ich kaufe mir eine neue. Tu du, tu du, tu du. Für später, wenn dann so drei Juggernauts kommen, ist das ein bisschen blöd. Äh, Predator-Rakete. Predator-Rakete zum Einsatz bereit. Ich muss meine Predator gleich mal verschießen. Hä? Du musst fahren. Ja, ich will mir geschützt wollen. Achso. Vielleicht kommen wir da noch weiter. Wer weiß, wer weiß. Sind das jetzt die stärker gepanzerten? Sind, sind zu wenig. Ja, ja, äh, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, deswegen frage ich. Höh, da kommen wir reingeschossen. Also sie sind definitiv schon stärker gepanzert als die letzten. Hab ich so auch das Gefühl. Kopf hoch. Danke. Ah, die haben mich geblendet, die Schweine. Ah, mein Ohr piept. Finde ich immer total unhöflich. Du kommst klar? Nein, du kommst nicht klar. Nein, ich rollte eigentlich zur Türe rein und bin in der Türe hängen geblieben. Aber du kommst klar? Nein, nicht ganz. So typisch halt, ne? Muss man gerade aufräumen. Jojo. So. War so dieses typische, bleiben wir einfach mal an der Türe hängen Problem. Ja, ja, was man so kennt halt, ne? Ja, richtig. Ritschtitsch. Ritschtitsch. Ach ja. Wie viel die aushalten? Das ist ekelhaft. Ach, hast du ein Geschütz gekauft? Naja. Ja, ich hab's gerade laufen hören. Bin zwar nicht ganz glücklich mit der Position, aber es scheint zu funktionieren. Kannst du es nicht ändern? Was kann ich nicht ändern? Position. Ja doch klar, aber... Na, ich hab keine gute Position gefunden bis jetzt, sagen wir mal so. Okay. Äh, du kriegst Besuch von hinten. Laut Map war hinter dir einer. Ja, hier sind überall welche. Ich hab nur absolut keine Munition. Ich bin dauerleer. Warum? Weil, ist halt so. Liegst denn du? Äh, hier hinten. Richtig. Hab ich gesehen. Was ist da los? Die haben übrigens jetzt eine AK dabei. Jo, schon letzte Runde gehabt. Allerdings bin ich nur dazu gekommen, eine einzige aufzunehmen. Jetzt hab ich auch wieder Munition. Ich muss dazu sagen, ich hasse AKs. Ich auch, aber besser als Nüs. Hui. Äh, Schutzweste. Ich guck mal gerade, ob ich meine Waffe aufrüsten sollte. Oder ob ich's lasse. Ich könnte... Gute Frage. Nein, ist es nicht. Leichte MG sind halt awesome, ne? Jo. Ich hab mir jetzt ein leichtes MG gekauft. Mit Rotpunkt. Ich hab's geschützt jetzt mal so gestellt, dass es auf die Türe zielen kann. Rotpunktgriff. Oh Gott. Jetzt ratter ich durch die Gegend. Alter, was ist los bei dir? Das sind ja tausend... Gegner halt. Tausend Punkte. Mom, Predator, weinjagen. Sehr nice. Jo. Das Geschütz zieht der aber rein. Dann mach du die Dinger mal, ich geh mir hinter die anderen hier von der anderen Seite holen. Ah, der hat eine Bombe oben. Ja, grad rot leuchten sehen. Yay. Ja, da gefällt mir das Geschütz ganz gut. Die Waffe gefällt mir doch mal stark. Wo steht denn das? Eigentlich steht das okay. Ich hab's an die Türe gestellt einfach. Ich stell's jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Ach, du kannst es. Ich hol mir auch mal was. Ja, ja, tu du. Soll ich mir auch ein Geschütz holen? Ich hol mir auch ein Geschütz, ja. Soll ich denn das hinstellen? Geschütz ist bei der Granate, ne? Hä? Geschütz gibt's bei den Granatenkisten, nur so nebenbei. Achso, ich kann nur ein Geschütz mitnehmen, ja schade. Wo soll ich meinst du dann hinstellen? Ich weiß es nicht. Geht jetzt eh los, deshalb. Ich will noch haben. Kampfhunde dich ins Knie, Junge. Ich hab'n Geschütz. Soll ich's auch an die Tür stellen? Meinst du, das bringt was? Also nicht, wenn wir's weiter an die gleiche Türe stellen. Nee, hier unten an die Tür. Kannst du gerne machen. Ich sag ja, meinst du, das bringt was? Probier's aus, dann weißt du's. Ich hab's an die Tür gestellt. Okay, wenn's irgendwer reinkommt, wird der... Oha. Wie einer einfach mit ne Granate hier rein wollte. Höro, Hunde. Jo. Mein Geschütz einfach blöd steht da. Meins schießt zwischendurch. Ja, meins steht doof. Muss das woanders hinstellen. Ja, richtig ideal steht das hier auch nicht, aber ich weiß, wie gesagt, nichts, wo man sonst gut hinstellen kann. Das Problem ist, ich auch nicht. Das müssten wir mal rausfinden. Wie kann man das denn abbauen, das Geschütz? Hintergehen und auf F drücken. Ah. Ich stell's einfach hier, in die Ecke. Extras Vorräte, mal sehen. Fingerfertig. Ach, schade, man kann Plünderer. Fuck. Bisschen weiter fuck. Ja, komm, passt. Jojo. Ich hab F5 gedrückt. Noch nicht, ich lauf jetzt erstmal wieder ins Haus. Schriegungsweise versuch ein paar Waffen einzusammeln. Jou. So, muss passen. Oh Gott. Ah, Juggernaut, ich hab keine Predator. Ich schon. Ich hol mir grad schon einen. Ich kann nix nur einen wegbomben. Schaffst du's? Einen, ja. Predator. Ich komm wieder rein. Welchen holst du dir? Den, der näher am Haus ist. Das hilft mir jetzt überhaupt nix. Jag in die Luft, ich mach den Rest. Tot. Fuck, der kommt rein, oder? Jo. Nö. Sehr schön gemacht. Hab zwar mein eigenes Geschütz damit gesprengt, aber ging nicht anders. Das ist ja nicht so wild, Hauptsache der ist weg. Jetzt muss ich wieder Geld sparen. Ich hab nur noch 4.000. Nächstes Mal hab ich 8.000. Ich spare allerdings trotzdem jetzt mal kurz, weil... Äh... Irgendwas wollte ich mehr holen. Ach so. Naja, Waffen, Waffe oder sowas wollte ich mir nachher noch holen. Und geht zum Sinnlos draufbolzen. Ah, geht noch. Nein, ihr geht weg. Ihr lasst mich alle schön in Ruhe. Ja, drauflunzen. Juhu. Und wieder drauflunzen. Ah, ich mag es. Aua. Macht das für sich, ja. Nachladen dauert nur Jahre. So. Hier sehe ich keine Gegner. Fertig. Das waren wir alle. Zieh, darf ich mal Waffe kaufen, darf ich mal. Ja. Ich hol mir grad mal ein bisschen Munition. Äh, nicht Munition, Schutzweste. Ich find's schade, dass man hier keine Fingerfertigkeit oder sowas hat. Gibt's doch mit extra Vorwerten, oder nicht? Ach, nicht Fingerfertigkeit, äh, Plünderer. Fuck, man kommt nicht auf dieses Auto drauf. Ja, auf einmal hier. Ich möchte auf das Auto. Ja, ja, haha. Huah, ich bin auf dem Auto. Sehr schön. Das bringt mir nichts, aber ich liege drauf. Wenn es in die Luft fliegt, bin ich tot. Richtig. Soll ich's mal in die Luft jagen? Nein. Okay. Ich untersteh dich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bleib auf dem Auto. Achso, sie kommt von beiden Seiten drauf. Ich bleib auf dem Auto, ja. Mir aber egal, weil ich hier oben drauf bleibe. Ich bin der Autoligera. Na, komm zu mir. Wie sie mich alle ignorieren. Wie sie mich wirklich alle ignorieren. Au, 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 die können mich noch schwagen. Sehr schön, wenn sie mich ignorieren würden. Fuck, meine Munition ist leer. und jetzt nachladen ja das stimmt ich habe auch nur noch 300 schuss da hast du eine große gekauft lmg ja es einfach braucht man einfach das ist einfach am praktischsten auch für später ich muss mir neues geschütz holen da hast du wohl recht Patronenaufstattung level 33 schütz ich glaube sniper ist hier völlig unnötig überflüssig ja ich halte lmg einfach am praktischsten weil am ende sind die gegner eh so stark da brauchst du einfach nur viel zum drauf bolzen ich brauche aber noch schutzwester ich auch aber dafür fehlt mir gerade sogar das geld hier verhindert wird sagen hilfe ist mir gerade ein wenig stressig und sagen doch doch durch das mich nachladen zu stress du hast die gegner hier durch gelassen ich weiß war aber auch nicht geplant das gar ziemlich alles durch weil ich ganz verballert bin ja ja da explodiert anders geht vor der natur ab als geschützt kriegt die gar nicht hin verständlicherweise gute sache noch ist es heil jetzt ist kaputt jetzt ist kaputt und ich bin am nachladen ja ich hab deckung boah sind wir gut im moment übertreffen uns wahrlich selbst ja ich war auch schutzweste mal wieder ich glaube schon seit stunden ohne rum ich hab ehrlich gesagt keine ahnung kommen wir brauchen würde ich sagen wie lange wir durchhalten vielmehr so an sich finde ich jetzt finde ich sind zwei teilen scheiße aber andererseits auch ist es auch eigentlich vollkommen egal da nicht nachladen alter stellwaffe frage die community frage deine frage deine leute können ach so ok du hast ja mehr abonnenten das lohnt sich bei dir mehr wenn ihr die folge seht habe ich wahrscheinlich schon nachgefragt via facebook und twitter oder beides links in der beschreibung so genug werbung ich höre und ich auch schon jetzt jetzt sie ist ja gar nicht am finde ich aber gut dass die schwierigkeit hat war noch einfach ist ich finde zwar gerade ein bisschen zu einfach aber es piept mir im ohr dann komm her ich habe hier tausende gegner und bin ja ich habe auch gerade ein paar ok tausende gegner hatte ich schon reduziert aber so ne geht schon wieder ich hatte ja noch ein respawn ding geht doch nicht mehr so ich muss mit dem lg hinter dir war einer ja egal da fickt problem ist vorbei gemeister blutet nein ja ich stehe wieder ich hatte noch einen ach so gut doch wenn das gleich was uns jetzt gerade passiert ist wenn das uns noch mal passiert haben wir verloren vermutlich ja wenn beide am boden sind ist aus ok wir sollten jetzt aufpassen dass es nicht normal passiert ja ich war recht beschissen und nachladen muss ich zugeben naja schutzweste selbstwiederbelebung holt ich mir auch noch eine oh ich hab keinen schuss mehr ach scheiße ja und deshalb habe ich mir jetzt auch nur die schutzweste geholt damit ich mir jetzt eventuell noch schutz holen kann so halt dich ran alter es geht weiter nein nein das sind drei juggernauts auch noch drei ich habe noch eine predator aber damit kriege ich nicht drei stück weg hol dir irgendeinen ich hole mir auch noch einen einen werden wohl weg bekommen irgendwie nehm dir einen schnell ja ich sehe gerade keinen leider ich jage schon mal hoch ach ich kann nicht ich muss erst einen habe ich ja ich hole raus fuck 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 ich sehe keinen doch da jetzt sehe ich einen persönlich jo wir müssen einen holen der ist hier im haus drin lalalala wer hat mich aggro hat er hat er dich oder mich ja er ist tot sehr schön drei juggernauts sind unlustig Das sind ekelhaft, jawoll. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden es gibt. Unendlich. Sure? Soweit ich weiß ja, es wird immer schwerer. Die haben es ja nicht bis unendlich programmiert. Ne, aber die können ja auch einfach sagen, alle 10 Runden kommt so und sowas dazu, alle 10 Runden kommt. Die müssten ja nicht alles extra proggen. So Algorithmen technisch. Ja, richtig. Ah, ich bin tot. Ich steh wieder. Ist gut, ich wollte mich grad zu dir laufen. Ich hatte noch Selbstheilung, ich muss nachladen. Das dauert. Es dauert. Was ist der Nachteil hier dran? Wir sollten uns vielleicht mal langsam drum bemühen, Delta-Team und so weiter zu holen. Oder hier, Einsatztruppe. Ich muss nachladen. Alter, die halten voll viel aus jetzt. Ja, ich weiß, das habe ich auch schon mitbekommen. Du ein Trupp, ich ein Trupp. Kommt noch eine Fehler, kostet ja. Aber grundlegend von mir aus. 5000 für Einsatzschild und 3000 für Delta-Team. Passt. Was holen wir? Einsatzschild oder Delta? Ich nehme ein Delta-Team. Ne, ich nehme ein Einsatzschild. Okay, dann nehme ich Delta-Team. Ich rufe sie jetzt schon, ne? Ja, ja, klar. Komm. Und F5. So, gedrückt und gedrückt. War das schlau? Kommen die passend? Wenn sie ein bisschen später kommen, ist auch egal. Von woher kommen denn jetzt die ganzen Typen? Oha! Ich habe nichts zu sagen. Das gefällt mir nicht. Das sind viel zu viele. Geht weg! Alter! Bleibt es bei dir? Ja, aber es sind übelst viele gewesen. Ah, mein Trupp kommt. Sauber, mein Trupp hat es sogar geschafft. Respekt. Kommst du klar? Es kann wieder dann vorbei gemessert. Ey, der hat einen Messerstich überlebt. Die sind halt stark gepanzert. Ja, aber ich hätte gesagt, es kommt erst später. Nö, nö, die sind auch schon ordentlich gepanzert. Erst mal eine Schutzweste kaufen. Geschütz-Granatwerfer kann ich mir holen. Hört sich doch nett an. Ja, ist er noch zu teuer. Ach nee, soll ich mal mitnehmen? Ist mir jetzt egal, was du sagst. Ich habe einfach einen mitgenommen. Ach, ich wollte gerade sagen, als ob es dich juckt. Aber wo soll ich denn hinstellen? Keine Ahnung. Bei dir irgendwo. Irgendwo, ja, irgendwo ist immer gut. Bei dir in der Ecke oben rechts, wenn du aus der Tür rauskommst, rechts. Da hatte ich auch schon ins Geschütz stehen. Total beschissene Stelle. Echt? Ich weiß, du kannst es mal ausprobieren. Probier es einfach mal aus. Besteht. Okay, ich muss weg da. Du stehst mitten im Schussfeld. Ich muss irgendwie raus. Ich muss auch irgendwas reißen. Ich stehe einfach neben dir. Läuft. Nein, ich gehe jetzt raus. Die greift nämlich gerade bei den Schildtypen an und die waren teuer. 5000 lasse ich gerade nicht erschießen. Ja, richtig. Bei den Schildtypen muss auch glaube ich da halbwegs dabei sein. Ja. Wäre zumindest sinnvoll. Ja. Geh runter. Sehe ich nicht ein, dass wir hier sterben. Ich muss gerade nachladen. Ja, ich auch. Schlechtes Timing. So, nachladen. Fertig. Kannst du nachladen, wenn du willst. Ja, vorsichtig oben. Heli. Bevor der unsere Kollegen wegkommt, mach was. Wenig Schuss und so. Wo ist der? Posten. Das ist weg. Ja, nice. Oh, ich muss Munition kaufen gehen. Ganz dringend. Stressig. Ein wenig minimal, ja. Boah, wir haben schon eine halbe Stunde. Könnte gerade persönlicher Rekord werden. Welches Level sind wir denn jetzt da? Angriffswelle 23. Was? 83? 23, ja. Ich weiß gerade aber leider nicht wie weit vorher waren. Wir waren vorher auch bei irgendwas mit 30 Minuten, das weiß ich. Das stimmt. Wollte ich mir jetzt holen, nachher selbst wieder Belebung. Richtig. Okay, ein paar Typen von uns leben noch. Rufschraube, natürlich. Ja. Verhältnismäßig billige Runde, ja. Damit lässt sich leben. Und Feinde, das finde ich jetzt nicht so cool. Edi ist weg. Ja, ich weiß. Dafür sind hier überall Feinde und alles und Hund und ich bin gerade leicht überfordert. Ich versuche gerade, ein bisschen was zu reißen, aber es gelingt mir nicht. Ich musste mich gerade verpissen, weil der Hund mich direkt neben zu vier Typen angesprungen hat. Und letztlich den C4-Typ fassiert. Wow, die Hunde haben auch Sprengstoff. Alter, Hunde mit Sprengstoff. Die Spiel ist doch einfach krank im Kopf. Ah, Hunde mit Sprengstoff. Von wo bin ich gerade getroffen? Ach, von da. Mit dir los. Oh, ich hänge gerade mitten in den Feinden drin, sozusagen. Stehst du wieder? Ja. Jetzt nicht mehr. Das ist nicht gut. Ich bin aufgespannt und gestorben. Herrlich, herrlich. Ah, die überleben ja diese Scheiße. Ja, richtig. Bisschen du hier. Ja, direkt hier. Kommst du mal wieder auf die Beine. Die Firma dankt. Jo. Schafft doch schon. Nice. Die schlagen uns gut. Direkt wieder, selbst wieder Belebung kaufen. Ich finde ja, wir sollten die einfachen Maps einfach überspringen. Ja. Direkt mit dem starken anfangen, damit wir direkt los, damit ich direkt loswerden kann. Nee, die ersten vier Dinger halt überspringen. Mhm. Und dann nur die auf normal nehmen. Ja, könnte man auch machen. Ach, wir sehen das ja. Nach dem Ort. Richtig. Wir laden den erstmal hoch und dann gucken. Oder auch nicht. Ah, Hubschrauber. Den hole ich jetzt direkt mal runter. Was? Gegner? Direkt hier? Ja, überall. Warte, ich hole den Hubschrauber mit Gedönsrat runter. Nein, 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 nein. Wow. Okay, jetzt habe ich zur Schraube geholt. Mit Sprengstoff. Lass mich hier weg. Voll. Ich bin tot. Ich jetzt gleich auch. Wenn das so weiter geht. Wo bist denn du? Ich lieg draußen rechts. Äh, links. Ich versuch grad, irgendwo hinzu. Ja, du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, ich weiß, aber ich werd ja von überall beschlossen. Ich weiß, ich seh's. Und Hund. Und Hund explodiert gleich. Nach der Nummer kommst du nicht mehr raus. Nach der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ich bin hier aber überleben. Du krankes Schwein. Du krankes Schwein. Ach so. Alter. Ein einziges Massaker. Scheiße. Ne, ich bin auch down. Ja, aber ich hab noch eine Wiederbelebung drin. Ich bin jetzt wieder da. Ich nicht, ich bin im Haus. Oh nein, ich bin doch nicht da. Wenn ich wiederbelebt worden wäre, wär ich wieder da gewesen. Aber ich hab das Spiel auf mich geschossen. 25.504. Wiederbelebung ist nicht durchgekommen. Drecklich. Sehr schön. Das war lustig. Wer eine längere Runde schafft, darf die gerne als Videoantwort posten. Richtig. Wunderschöne Idee von mir. Alles klar. Finde ich auch. Reingehauen. Tschüss. 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 Tschüss.